und ich weiß gar nicht welchen teil wir haben ja keine ahnung und hier ist unser schönes hier ist unser lieber frisch gemüse hatte hier frisches gemüse hat dem gemüse da ist ein vogel v rennen für vogel du spinner und den ofen ist ein f drin ist dieses problem ist halt wenn man mit diesem typen aufnimmt der dem seinen namen ich hier nicht mehr erwähnen möchte da er sonst aufmerksamkeit bekommt der liebe fika hatte ich hatte ja so leute wir haben hier schweinilein ja er hat sich nicht die klatschen hier noch bald nie da wisst ihr wieso ich bin heute verlaufen hast du schüsselberg gekauft wird weil ich komme schon rüber zu dir ich würde das sieht schon jetzt geil aus ich habe ihm gestern geholfen wieso ich krieg denn die tür nicht auf wenn man weg wo wüssten du nur verpiss dich da war es nicht schön an die an die ich muss es durchziehen ok es tut mir leid ich habe etwas neues herausgefunden und tschüss was hast du gemacht ist ja irgendwie nicht oh nein ich pack her um zu bringen hey du hast geschossen ich habe nicht geschossen ich habe nicht mal ein gewehr nicht mal im winter ja das erzählen sie alle diese lügen wir sind in meinem backpack was ich habe ich habe ich habe ich bin ich bin unten jetzt bei meiner denkst hey falls du tschüsseln brauchst noah lass doch mal meine tschüssels entschuldigung gib mir mal ein gib mir mal ein oder warte mal hier liegen noch ein paar wo ist er schau mal schau mal schau mal wie viel damage mache ich ich habe blumen äh alter alter das wird die neue waffe leute hä das ist ja ob er als ne waffe fast muss er muss er muss drücken muss ihn hat er ja ich bin multitask ich habe doppelt und sie in die nüsse beiden händen welche ja so alle sieht es lustig aus weiß pass auf pass auf pass auf du machst die ganze straße voll das machst du jetzt alles ab ja ja du 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 ich warst dir ich wünsche ihnen viel spaß hier schießt jemand war los älter schießt erst mal hey der schießt auf uns da steht ein chat nur also und ich habe dich so ich gerade schon gesehen wie die waffen nach hand hält alter man mein mein kopf gerade wie abgeschmiert ja ich habe ja du brauchst wenn du ein schiesel im inventar hast also dieses damit ding kannst du das auch mit dem tool abbauen mit den schüssel an sich selbst also mit dem schüssel bitte nicht brauchst du den schüssel und er braucht den schüssel ich habe noch einmal schüsse und apropos ihr euch nicht ich also ich höre ich und ihr hört ihn nicht aber er hört uns genau und dieser typ der da irgendwas labert ich weiß auch nicht was dieser typ tut meinen sie mich ich muss aufs klo wo ist das klo was die sehen wie ich den hier löse liebes koala sie können auch ruhig reden schau mal es war richtig liebes koala baby was ist eigentlich mit einem feld koala was was ist mit seinem feld was er bauen will gelöst einfach richtig bunt ist ja jetzt ich habe einen bunt gelöst und die heute so eine form wollte so farme bin geworden auf dem land um meine kühle kleiner roter tragen doch noch gar nichts damit zu tun aber egal ich habe keinen ich habe keinen plan mehr was ich für konnte machen soll bis sie deswegen fahre ich jetzt einfach richtig chillig bisserl kart einfach den trend wer will mit von karts kommen wir fahren hat es auch bestimmt irgendjemanden leitet umbringen nein nur wieso nicht schüsse ich hab noch ausgängig zu verlieren also nur wenn er verdient er gegen mich ja vielleicht in real life ja ich bin mit tastatur ich auch ich muss bezweck machen ja gut das ist ja nicht meine schuld oder ich will auch mit tastatur weil ich weil wenn ich mein controller schlicht habe ich kein ton und für die aufnahmen will ich tun haben du super mario ich muss gerade hier kommt man muss meine weißen schüssel doch du kommst jetzt her und du kriegst eine bahn kannst du dir auch so ich sie kriegen gerne bahn ok perfekt soll ich kriege meine leute auf seine seite ja auf die dunkle seite ich habe jetzt mit der dunklen seite bitte einen helm nehmen bitte einen helm nehmen hallo bitte einen helm nehmen danke danke dann können sie in ihr eigenes gokart bitte einen helm essen ihr gokart steht hier hinten zur verfügung hier hier jetzt essen sie das und wir fahren erst mal nur oben ich bin bestimmt aber gerade zu ja mann ist nein denn nicht mein kart er hat kein viel holen sonst esse ich dich nimm doch gleich doch dass die die karte was nur aber was nur bei sich in seinen tollen raum hat wo man alles anschauen kann das auch ein schönes rotes kart betreibstoff egal wenn die aber irgendein so lange fahren kannst kommen wir fahren direkt mal unten nicht mehr mario kart wir haben ja noch ein ersatz mario kart das kann man verlosen aber da drin ist aber nichts das kann man weiß man das echt mal so richtig warum so was hat los ist aber nur deko leute höchst du mir die nächsten frage aussehen genauso ich glaube er stehen geblieben oder bist du stehen bitte ich habe noch kein führerschein den ganzen projekt wieso fährst du durch den boden bei mir er hat das immer am bach von dir riecht doch die ganze zeit du fährst auch bei mir durch den boden jawohl ich bin wieder vorne ich will aufwahren wo ist mein kart bei mir ist omega lul was der fährt einfach in unseren in den parkplatz ich war gerade die ganze zeit nur oben weil es spaß macht ein bisschen zu fahren leute ego von ich weiß ich habe keinen helme auf mega noch fliegt nein ich fliege nicht also bei mir war ich normal das ist ein bug durch das ist ein bug er fährt einfach falsch rum er fährt die strecke falsch rum es ist gegen die regeln hier auf dieser kartstrecke auf norse karten als spaß wie heißt eigentlich unsere ne du hä ich war gar nicht falsch rum du fährst falsch rum ding die kartstrecke halt pupsen muss sein pupsen muss sein ja das war mal pupsen muss ein treffen ich bin fast die ganze zeit flüssig also ich fahre ich kenne die strecke nicht ja ja das ist es ist mir schon bewusst ich fahre auch überall dagegen aber ich glaube nicht die ganze ich fast gar nicht richtig fährst du so clean ja ich habe doch gesagt weil ich rasier dich außer unten im keller da war ich fast über die keller 6 der keller ist echt schlimm hier um geht es eigentlich noch hier um geht es bei der brücke ist auch ein altraum die brücke ja die brücke ist echt schlimm aber die baubar die bleibt oder der brücke kann sagt kein gas geben dass man ohne anfangen machen wie ohne anfangen meinst du das meint ja mit ohne anfangen du kannst es ja an die erklären und an der karte war der warte sagst du sagst du sagst du sagst du sagst du sagst du dass irgend dass man nirgendwo anfährt das wird ziemlich schwer ich habe noch keine dritte gebaut überholte ich einfach noch mal die beide brücke das ist echt ein albtraum auf controller fahr ich viel besser auch nein ich bin unten reingefahren hilfe hätte nur hey der wirft mich mit gokarts ab koala hör mal auf mich mit gokarts abzuwerfen was kann aber ja ein bisschen sport wirft mich einfach mit karts ab okay das war meine folge ich hoffe sie hat euch gefallen und tschau war meine karte